Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA Podcast. Islam Makhachev gegen Thiago Moises ist das Main Event der nächsten UFC Fight Night, deshalb gibt es hier die Preview dazu. Viel Spaß bei dieser Vorschau. Lasst vorab aber gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Islam Makhachev gegen Thiago Moises ist ein spannendes Main Event, denn wir haben hier zwei Newcomer. Islam Makhachev, einer der größten Newcomer Stars im UFC Lightweight. Viele gehen davon aus, dass er eines Tages Champion wird. Er hat auch noch ein paar Jahre, er ist nicht allzu alt und ist natürlich von Khabib gecoacht. Er hat natürlich das große Potenzial vielleicht sogar im Lightweight und sein Gegner Thiago Moises, der ist ebenfalls nicht ganz ohne, ist noch super jung, 26 Jahre. Er ist Topology, rankt ihn auf Platz 15 im UFC Lightweight oder weltweit aller Lightweights und hat zuletzt drei Siege in Folge in der UFC und ist auch echt aktiv. Wir haben ebenfalls als Co-Man Event Misha Tate gegen Marion Renaud. Misha Tate, der hat das letzte Mal vor fünf Jahren gekämpft. Das war auf der Karte von McGregor gegen Alvarez. Misha Tate hat jetzt fünf Jahre Pause gemacht, kämpft jetzt wieder. Auch eine der besten Kämpferinnen, die die UFC je gesehen hatte, hatte aber zuletzt auch gegen Nunes verloren, das ist aber auch schon fünf Jahre her. Wir haben ebenfalls Mateusz Gamrod gegen Jeremy Stevens. Mateusz Gamrod 18 zu 1, wahnsinnig junger und athletischer Kämpfer, kommt von KSW. Jeremy Stevens kennt die meisten von seinen Knockouts, von Conor McGregor's Who the fuck is that guy und von Jeremy Stevens Schubser, wegen dem letztens ein Kampf ausgefallen ist. Also was heißt letztens? Ein paar Monate ist es jetzt her, aber sowas passiert nicht allzu oft. Wir haben ebenfalls auf der Maincard, das ist ein Stolzfuß gegen Rodolfo Vieira, das ist ein Stolzfuß. Der Wheel of MMA Champion im Middleweight gibt hier seinen zweiten UFC Fight und mit diesem Kampf fangen wir auch direkt an. Stolzfuß hat sein UFC Debüt leider verloren, konnte davor aber in der Contender Series beeindrucken und durch die Contender Series bekam Stolzfuß dann eben auch sein Vertrag mit der UFC. Hier wird er es gegen Rodolfo Vieira beweisen. Vieira hat seinen letzten Fight verloren, aber ist der Fan-Favorite. 79% bei Topology stimmen für Vieira als Sieger und das heißt Stolzfuß, ja, der muss liefern. Allgemein rankt Topology Rodolfo Vieira auf Platz 35 weltweit aller Mittelgewichte und Stolzfuß auf Platz 93, aber ich denke ganz so klar sind hier die Wahrscheinlichkeiten auch nicht. Ich denke Stolzfuß hat eine sehr realistische Chance, wir müssen verstehen, das sind Kämpfe über die gibt es nicht allzu viele Daten und Stolzfuß will jetzt natürlich auch beweisen, dass er in die UFC gehört. Nicht umsonst hat er bei der Contender Series seinen Vertrag bekommen und dementsprechend drücken wir ihm natürlich ganz fest die Daumen. Misha Tate gegen Mario und Renault ist ein spannendes Co-Main-Event. Ich denke Misha Tate kennt vor allem ältere Zuschauer, wie gesagt, letzter Fight vor 5 Jahren, viele haben sie jetzt nicht mehr auf dem Schirm, sie kommen mit 2 Niederlagen in Folge in diesem Fight und ihre Gegnerin Marion Renault steht 9-7-1. Also 9 Siege, 7 Niederlagen ist jetzt auch nicht die allerbeste Bilanz, ihre Gegnerin hat 4 Niederlagen in Folge. Sie hat gegen Kat Zingano verloren, gegen Jana Kunitskaya, Raquel Pennington und gegen Macy Chieson und da bekommt Misha Tate jetzt nicht die härteste Probe, sie kämpft nicht direkt gegen Nunes, sondern bekommt hier ganz kleine Gegnerinnen, gegen die man sich wünscht, dass sie gewinnt. Main Event, Islam Mahačev gegen Thiago Moises, ich bin beeindruckt von Mahačev, er ist ähnlich wie Rabib, aber im Kern doch unterschiedlich. Ich denke, Mahačev kämpft ein bisschen aktiver, ein bisschen spannender, Mahačev sucht den Finish und das hat Rabib relativ selten gemacht. Ne, klar, er hat seine letzten Fights immer gefinisht, aber denk mir an die Kämpfe davor, gegen Barbosa, gegen Aya Quinter, da hat er nicht den Finish gesucht, obwohl er den Finish finden könnte. Klar, McGregor, Paul Regeji, bam, hat er alle gefinisht. Mahačev fokussiert sich auch sehr stark auf seine Englisch-Skills, also in jedem Interview, in jedem neuen Interview von Mahačevs ist sein Englisch besser, das ist auch wirklich gut, ein gutes Zeichen. Die UFC kann ihn so viel besser promoten, das ist ein großes Problem von einem Champion Charles Oliveira, er kann sich selber nicht vermarkten, er braucht einen Dolmetscher, das kommt nicht so gut an. Aber Mahačev, der sagt ja ganz klar, er will Englisch lernen und er kann es ja auch schon. Stilistisch gesehen, denke ich, sollte Mahačev das Ganze machen, ich finde es schade, dass man hier zwei so aufstrebende Athleten gegeneinander kämpfen lässt, denn wie gesagt, sein Gegner, 26, hat auch noch ein paar gute Jahre vor sich, einer von beiden wird jetzt leider verlieren, höchstwahrscheinlich, es sei denn, es wird ein Unentschieden, aber ich rechne mal nicht damit. Aber ich denke, Mahačev, der wird das machen. Starkes Striking mittlerweile, hat sich im Stand sehr gut verbessert, aber auch wahnsinnig schönes Ground Game. Also Mahačev hat ein paar gute Kämpfe, die man sich reinziehen kann, da gibt es auch keinen langweiligen Fight, sondern wirklich spannende Fights. Und ein Kampf, der mir da besonders gut im Kopf geblieben ist, war Isla Mahačev gegen Arman Zaroukian. Schaut euch den Fight auf jeden Fall mal an, da gibt es wirklich schönes Ground Game. Zuletzt hatte Mahačev gegen Drew Dober gewonnen, gegen Gleisen Thibau, gegen Davy Ramos, also gegen viele, viele schon gewonnen. Seine letzte Niederlage, also auch seine einzige Niederlage, er steht 19 zu 1, ist jetzt auch schon sechs Jahre her. Damals hat er gegen Adriano Martins verloren, er wurde ausgenockt. Ja, Mahačev gegen Moises, ein geiles Event, ein geiles Main Event. Ich freue mich auf die Preview, ich freue mich auf das Event, meine ich, und Sonntag auf die Review. Ich bin auf eure Meinung gespannt, haut eure Prognosen unten rein, folgt Bühler auf MMA auf Instagram und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.